Moins sind Leute und jetzt kommt's und das ist vielleicht Schock. So, dann wollen wir mal schauen. Die Glocke bringt nichts, die Möhre werde ich für irgendwas brauchen, aber... Ich komm da so noch nicht ran, deswegen würde ich sagen, ich geh damit zurück. Bestimmt muss ich hier noch was anderes machen, auch mit dem Bub da. Ach, ich kann nicht auch was mit den Kerzen machen, oder mach das gerade... Ne, jetzt glaub ich mach das gerade automatisch, ne? Das war ja meine Zelle. Das ist jetzt ein Zauberlehrling. Lell. Oh oh. Ja geil, friss ihn. Kommt es zu mir geflogen? Ja. Es ist ein Teil von einem größeren Bild. Sollte ich mitnehmen. Könnte vielleicht nützlich sein. Oh. Eine Weberei. Die haben die aber richtig gut gewütet. Nein, nicht in den Spindel packen. Nein, 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 nein. Ich werde nicht drauf reinfallen. Sehr gut. Schöne Anspielung. Freut mich total. Das ist dann dieser komische Held, wa? Was soll das bringen? Ja, ne Füße, du dumme Nuss. So, die passen da schon hin, aber vielleicht sollte ich noch eine Weile... Okay. Ja gut. Hier muss dann auf jeden Fall... Keine Schwier... Ach ne, ich schwier brauche ich. Kettenrüstung im Brustpanzer. Das Problem ist nur, ich kriege die Scheiße nicht in meinen Inventar. Entschuldigung, aber den Ort habe ich schon mal gefunden, wo ich dann... Macht ihr denn was anderes mit dem Spinnenrad oder kommt er nur wieder... Nee. Aber der Jock scheint wirklich ein Stück vom Ohr zu fehlen. Ja. Passiert, ne? War man sowohl mal unartig. Kann ich hier irgendwie was machen? Kann ich was nähen? Meine Mutter lässt mich manchmal hier spielen und nähen. Ich habe jetzt aber keine Zeit dafür. Joa, vielleicht werden wir die Zeit irgendwann dafür benötigen. Entschuldigung. Er ist ja scheiß Hals da. Der guckt auch immer so grimmig, ne? Nee, Stufe. Es ist gut, dass er jetzt alles so... Oh, fuck. Klo? Er muss pissen. Ach, Laber. Da haben wir unseren goldenen Ritter. Den stellen wir wahrscheinlich nach. Ah, dafür brauchen wir dann wahrscheinlich auch dieses Kostüm. Weißt du? Lass dich jetzt nicht erwischen. Von diesem goldenen Ritter da. Bekommen wir wahrscheinlich... Ach, guck mal. Was für ein Verarsch ist das denn? Die Bremer Stadtmusikanten und da oben ist da nur ein Eisbär? Was wir verarschen? Dann nice. Ich wette, hier sind noch mehr irgendwelche Fremdbezüge von Märchen und Co. Und ich habe sie komplett ignoriert. Ein Zebra. Kann man mal machen, ne? Versteck dich bloß. Ja, geil. Bin ich jetzt... Öffnen? Drachenschuppen. Das ist wahrscheinlich... Irgendeine krasse Zutat für diesen Zaubertrank. Nice. Ich dachte, wir verstecken uns nicht im Rad, aber gut. Kann ich hier auch rein? Ne, hier geht sie wieder automatisch zur Truhe, aber... Die Möhre brauche ich bestimmt später für das Zebra. Okay, ich gehe aber erstmal raus, bevor ich da irgendwie was mache. Wie mache ich denn das jetzt? Nämlich jetzt zwei Baustellen. Da-da. Das muss ich eigentlich noch anfachen weiter, oder? Ich packe die das jetzt echt an. Die wird sich verbrennen und der Typ wird aufwachen wie sonst was. Oder springen wir jetzt automatisch drüber. Das wäre natürlich auch nichts Schlechtes, wenn wir nur draufspringen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich auch die Handschuhe, ne? Splish! Sehr gut. Dann ist da dicke Klumpen weg. Ich würde jetzt gerne einmal diesen Handschuh hier nehmen. Kann ich den jetzt auch schon nehmen? Ich brauche irgendwas, um die Scheiße, die ich nicht tragen kann, zu transportieren. Wahrscheinlich brauche ich dafür unseren Schleppergaul, wa? Da kann ich ja nichts mehr machen. Damit mache ich die Leute wieder wach. Was habe ich da? Was habe ich da? Ich habe ein Bäumchen. Ein Baumstamm. Also so habe ich ja hier die ganzen Sachen. Ah, damit kann ich das austauschen. Clever. Schlaf, du kleiner Wicht. Auch die geht natürlich nicht in mein scheiß fucking Inventar. Ich raste aus. Dann muss ich erstmal gucken, wie ich das Zebra kriege. Das muss ich wahrscheinlich... Ich brauche die Möhre. Vorratskammer. Oder kann ich vielleicht hier Richtung Thronsaal noch was jetzt mit unserer Zimzicke, a.k.a. Was habe ich denn hier? Drachenschuppen. Helfen die vielleicht? Bei unserer komischen, magischen Faye. Dass ich die Drachenschuppe hin packe. Oder ein bisschen Salz und Pfeffer. Ja, warte. Ach, ich kann mein Inventar gar nicht aufrufen. Ja, okay. Doch, kann ich. Fuck. Zu spät. Lol. Oh. Fuck doch, Mann. Warum ist das so ein kleines Scheißvieh? Ah, ich brauche die Möhre. Kann ich mit dem Knami noch irgendwas machen? Wahrscheinlich, oder? Nee. Ich habe mal übersehen. Ich brauche die Möhre. Aber die Mäuschen wollen wir die Möhre nicht geben. Und die Glocke bringt auch nichts. Wenn wir, ach nee, das habe ich ja eben schon probiert, das funktioniert, nicht? Stiefel zum wegschmeißen. Ein bisschen Pfeffer. Nee. Ich dachte, wir würzen hier schon mal so leicht ein klebriges Netz. Na, die werde ich ja für den Drang brauchen. Huhnfeder. Feder von einem Huhn. Muss ich da mal den Boddich packen. Kann ich hier mit die Ratten verwirren? Wofür ist denn das denn überhaupt da? Kann ich ja völlig die Scheiß... Kann ich den Becher da dran werfen? Nee. Ha. Ich erwette, das ist alles miteinander verknüpft. Ich könnte es mir einfach echt vorstellen. Das Zebra braucht die Möhre, damit es mit mir nice ist und man Scheiß trägt. Ha. Was könnte ich da mit dem Stein machen? Ich kann ja schlecht irgendwie hingehen, ne? Weil... Nein. Wollte ich auch gerade sagen. Die werden mich dann sehen. Kann ich ja irgendwie... ...einen Becher an den Kopf werfen. Schlecht. Das ist echt blöd. Das ist gerade mega... ...was ist knifflig, aber... ...dass ich jetzt schon... ...mhm... Ach, da war ich noch gar nicht. Ah, das ist die andere Seite. Gut. Hier finden wir bestimmt noch was. Oh, da muss ich was einsetzen. Das weiß ich jetzt schon. Der Herr, lieber Herr Kronkh, wird hier mal das ausrasten und sagen. ...Aussparung! Das mach ich aber nicht. Weil mir die noch nichts getan haben. Oh ja, geil. Müll. Noch mehr Müll. Oh, oh. Oh, oh. Ups. Ich glaube... ...ist gerade ein bisschen angepisst. Hey, dann sollten wir von denen ein bisschen mehr Randale machen. Ah, ist hier nichts mehr drinne? Schade. Kann ich hier... ...Spätchen nehmen? Oh, fuck. Das wird nicht gut enden. Schade. Jetzt kann ich's angucken. Ah, fuck. Ich brauch ein Schwert. Die sind alle kacke. Was ist hiermit? Ich werde mich damit selber ausmachen. Nope. Ja? Nein. Okay. Die wird zerbrechen, oder? Augen scharf freigeschaltet. Gibt es etwas Leichteres? Ich befürchte nicht. Necker. Mietz, Mietz, Mietz. Was gibt's? Kleines Kätzchen. Oh. Ich will Ei machen. Oh, die Katze will nicht. Wenn ich nur herausfinden würde, was hier fehlt. Ja, um Wappen, ne? Dann kann ich irgendwas cooles machen, allerdings hab ich da nichts. Shit. Das hat mir jetzt hier gerade echt wunderbar geholfen. Mit wunderbar meine ich nichts. Gibt's hier noch was? Ich hätte hier das rausgeräumt. Ach. Kann man das hier nochmal zumachen? Das irritiert mich ein wenig. Ah, hier ist noch ein Fass. Kann ich einmal irgendwie das wegrollen? Und da ist irgendwas drinne. Ja, weiter. Weiter. Das wird bestimmt jetzt hier voll... Bäm. Das hält ein Leben nicht. Stell's vielleicht richtig hin? Nice. Lass mal die Katze streicheln. Oh, komm, schaffst du, Mädchen. Ah, shit. Oh, oh. Ich glaub, wir sind mit dem Kraken richtig veräckert, oder? Ja, runter. Ich bin nicht raus, ich bin nicht raus. Oh, shit, da ist jemand reingeb, bist du. Äh, ich sollte am besten jetzt verschwinden, oder? Oh, oh, oh. Ich hab mich nicht... Schnell, Schrank. Ich hab auf den Schrank geklickt. Fuck. Schrank. Schnell, mach die Tür zu. Türen zu? Bist du blöd? Ja. Leck mich. Das hab ich doch jetzt nicht ernsthaft mit offenen Türen. Aber was hat das jetzt gebracht? Was hat das jetzt gebracht, außer dass ich Unruhe gestiftet habe? Warte mal, jetzt kann ich ja mal... Kann ich jetzt hier die Janschu loswerden, damit ich ein bisschen mehr Inventar habe und weniger Zeug? Was hat das, oder brauche ich die jetzt nochmal? Da. Die kann ich wieder nochmal abziehen. Ah, okay, gut. Dann kann ich erst mal da deponieren. Da war halt eine Näh-Shit, aber mir fehlt echt irgendwas. Kann ich da vielleicht das Stück Karte hin platzieren? Okay, ich muss einen anderen Weg finden. Ja gut. Ähm, solange mir nichts einfällt, würde ich sagen, beende ich den Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Untertitelung des ZDF, 2020